Lauf zu dem... Nein, 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 nein! Rennt, rennt! Es gibt hier wieder dieses 3 in 1 und ratet mal, was ich in meinem Leben einfach hasse, bügeln. Richtig? Deshalb zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Das ist so ein 3 in 1, das ist ein textiler, frischer, plus das bügeln Wäsche. Nehme ich das hier so vollsprühe, ist dann mein Oberteil glatt, brühe ich das Ding hier drauf. Warten wir mal ab, was passiert, gell? So, ich bin so gespannt. So, jetzt schütteln wir das Ganze mal so ein bisschen. Funktioniert? Hat es funktioniert? Okay, krass, es hat funktioniert. Mein Oberteil ist glatt, okay, wir probieren nochmal. Ich hole eine Bluse. Ich habe jetzt so eine lange Bluse geholt. Hier kann man das auch richtig gut sehen, das probieren wir jetzt hier auch. Am besten hier unten, da sieht man das halt richtig krass. Ich hasse es zu bügeln, ich habe noch nicht mal ein Bügelhalsen. Okay, Leute, das ist echt heftig. Lauft. Okay, wie ihr hört dann. Vielen Dank.